Hallo ihr Klötzchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei meinem Selbstversuch, ich bin ja hier immer noch am buddeln. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auf euch gewartet, weil alleine buddeln macht gar keinen Spaß. Also, machen wir uns wieder an die Arbeit und schauen doch mal, ob wir das jetzt schaffen, in diesem Teil bis nach unten vorzudringen oder was wir Interessantes finden. Ich bin übrigens in der 21.4. Und, äh, ansonsten, wie gesagt, reines Vanilla, das Einzige, was ich nutze, ist ja meine Map hier, damit ich mich halt nicht verlaufe und auch immer so ein bisschen überprüfen kann, weil das ist nichts, es gibt nichts Nervigeres. Warum bin ich eigentlich hier? Warum buddel ich da lang? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Oh ja. Ich weiß es nicht. Warum ich plötzlich in die Richtung gebuddelt habe? Das hat schon seine Richtigkeit haben, wahrscheinlich wegen dem Eisen, was wir gefunden haben. Aber das macht ja nichts. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir auf dem Weg nach unten. Wir sind schon bei minus 13 mittlerweile angekommen. Wie gesagt, ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir wollen halt Diamanten finden und, ja, und Eisen und all solche Dinge und da dauert das halt eine Weile, bis man da halt unten ist. Wir haben ja noch keine Diamanten. Eisen habe ich auch nur bedingt. Also, von daher spare ich da ein bisschen mein Eisen. Und klar, wäre es schneller. Und wenn wir jetzt Diamanten finden, dann werde ich auch nicht die Sachen gleich benutzen, sondern wir haben ja vor, die zu verzaubern. Das heißt, ich werde mir zwei Eimer machen. Eine Dia-Spitzhacke brauchen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen Obsidian für den Zaubertisch und Diamanten. Also, wir haben eine Menge vor. Drück die Daumen, dass es klappt. Dass ich nicht irgendwo lande, wo ich nicht hin will. Oder hier irgendwelche Wassereinbrüche habe oder so. Man weiß es ja nicht. Ich gebe mein Bestes. Findet ihr, dass nicht auch ewig langweilig immer dieses Runtermähen. Klar, ich würde jetzt gerne in der Höhle lenken, aber vergesst nicht, ich bin ja in Hardcore. Das funktioniert nicht. Weil dann habt ihr keine Folgen mehr. Dann sind wir ja gleich am Ende. Also, spiele ich lieber schön auf ein bisschen Sicherheit. Ich denke mal, da habt ihr mehr von. Und schön bauen und Dinge besorgen. Und da wir sowieso Steine brauchen, nehme ich diese wunderschönen hier. Unter anderem, weil wir ja den Villageern auch neue Häuser bauen wollen. Treffe ich jetzt schon auf Redstone. Das ist ja mehr wie merkwürdig. Okay. Aber wir sind schon bei Stufe 21. Also, jetzt müssen wir mal dieses machen. Nicht vergessen zu wechseln, damit die sich nicht so schnell abnutzt. Dann haben wir das hier auch natürlich noch raus. Macht alles Level, die wir ganz dringend dann drin verzaubern brauchen später. Ja, auf wechseln, ne? Nicht vergessen. Ganz wichtig, wechselt. Nicht vergessen, sonst ärgert ihr euch nachher. Gerade, wenn man so wenig Eisen hat, ist das ganz, ganz wichtig. Da einfach erstmal geduldig zu sein und die Steinachs zu nehmen. Also, die Steinpicke. Steinachs. Aber keine Bäume. Das würde noch länger dauern. So, wir sind auf Stufe 24. Toll. Geht ja unheimlich schnell voran. So, hopp. Also, zumindest habe ich es schon mal geschafft, mit Eisen eingekleidet zu sein. Aber ich habe halt noch nicht wirklich, äh... Ich habe nicht wirklich, äh, genug Eisen zusammen, um jetzt dauerhaft mir neue Eisenpicken zu machen. Also spare ich meine auf, falls wir Diamanten finden oder für alles, was man mit Steinen nicht abbauen kann. So, immer weiter geht's nach unten. Können auch gleich die Richtung nochmal wechseln, warum nicht? Das verhindert ja auch so ein bisschen das Hochkommen von irgendwelchen Mobs. So, wie voll bin ich? Boah, ich habe noch Platz. Okay, dann, äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal da noch einen runter und dann gehen wir mal wieder in eine andere Richtung. Und dann, äh, machen wir mal hier noch einen breiter, damit wir hier besser runterkommen und ausleuchten können. So, machen wir hier mal einen hin. Und dann gehen wir mal hier weiter runter. Unten sehe ich so viel Lava. Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass wir auf Lava treffen. Das wäre nicht gut. Okay. Was ist denn hier? Okay, hier ist so ein Gang. Wird ausrichten. Keine mit Sackgasse. Hier gibt's nix. Den leuchten wir nochmal auf der anderen Seite, Doris. Das wäre hier eine bösen Überraschung. Ich hasse das, das ist so dunkel. Ei, 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 gehen sie weg. Okay. Für ein Skelett. Das ist gut. Das ist gar nicht gut. Kombi ist mir egal. Das geht noch, aber... Ei, ei, ei. Okay. Auch noch so ein Gang. Ich bin überall. Ei, ei, ei. Das riskieren wir mal lieber nicht. Wir werden mal in unseren Gang zurückgehen. Wir werden mal in unseren Gang zurückgehen und dort weiter unseren Geschäften nachgehen. Okay. Okay. Ich weiß, ich werde hier jetzt machen. Und, äh... Ja, wir werden hier einfach gemütlich weiterbuddeln. Da müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt hier gut machen. Aber die muss ich wegnehmen. Das heißt, ich setze einen dahin. Und einen hier oben hin. Okay. Okay. Wir haben keine Fackeln mehr. Eine habe ich noch. Okay. Machen wir jetzt noch ein paar Sticks. Okay. Ich weiß, was beim Geiz ist. Aber, äh... Sagt... Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja? Da mal eine Fackel hin. Und dann geht's fröhlich weiter. Wir sind schon auf 31. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Weiter geht die Reise in den Untergrund. Und dann müssen wir gleich zwischendurch uns mal nach oben geben und wieder ausleeren. Weil langsam wird mein Inventar hier voll. Aber wie gesagt, das schaffen wir. Wir sind schon bei 34. Vor allen Dingen gut, dass wir das alles auf einer Ebene da haben. Oh. Eisenes. Das heißt, wir können natürlich dann uns auch... Oh Gott. Auf Eisensuche machen. Was machen die hier für komische Geräusche? Es ist unheimlich. Ehebo. Ehe gesagt, hoffen. Treffen bei. Aber... ... ... ... ... ... ... ... jetzt für mich hätte jetzt erwächst erstaunen das ist auf jeden fall wie gesagt haben wir jetzt auch wenn ich dinge noch ich habe noch so ein bisschen am überlegen ich gebe es ist nicht so ein los was meint ihr denn ich könnte meinen die Gruppe aus welches sollte ich bei gehen so wir sind schon bei minus 44 wir müssen aber um Diamant mindestens rein also am besten ist es natürlich auf der Höhe einem glaube ich gleich mal einigen ja ich habe noch Kohle da das heißt wir könnten noch machen ich ganz so lange wir können uns ich habe ja ich habe noch nach ich habe naja wir kriegst also wir sind schon auf keine mehr das heißt und einfach mal das im lösen wenn man dann noch einmal haben wir mehrere möglichkeiten ich werde erst mal auf ich habe aber mit wir gehen erst mal noch gegen erst mal alles zurück und wenn ich jetzt auf jeden fall wie gesagt bin ich sehr stolz dass ich überhaupt so weit gekommen bin ja und das schlimm ein problem ist mal hier ob er dich behalten behalten exo wir haben jetzt noch exo haben einer die wundert euch wahrscheinlich warum war noch nicht verfackeln 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 echtes der beste ein noch wohl steigen kann ich glaube das ist gar nicht so breitig höhen erst wenn uns bei die Lava nicht das war der gleiche Gäste das verstopfen okay jetzt sind wir auf der Höhe und dann geht's geradeaus ja, dieser Lärm das heißt, wir können hier eigentlich auch wieder so eine Kammer bauen so, jetzt sind wir auf der Richtung das ist nur noch geradeaus eine Kammer denn wenn wir jetzt wieder unser Bett runter holen bauen wir ja noch da rein eigentlich wollte ich ja nur eine Kammer bauen da könnten wir jetzt beigehen und sagen, okay, ich baue das oh nö komm mal spät am Pfarr welch so viel also mit Glück könnte man hey da können und die Diamantenquelle hey wow da schauen wir mal neuen Diamanten auf einschlag da wäre das natürlich oder noch ja jetzt verzaubern können ganz ehrlich jetzt überlege ich ich werde auf jeden Fall ähm feiergang ähm feiergang beinahe okay dann werden wir hier auf bei mal Werkbank pack 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 hier noch eine doppelkirte ja so stolz auf mich ich sollte auch nicht so okay jetzt haben wir hier so einen so einen augenzeitsraum und man das hier auch mal weg reinigen aber noch oben damit was aber mein Ziel ist es ja was man Diamanten und ähm ausrüst länger bei Eisen bei Eisen gab es hier oben also machen wir jetzt erstmal eine ein ein das ist was die günstige Variante wollen lange überleben also macht einen Sinn das auch wenn man das muss man halten wie ja es ist irgendwie man hier das macht dann machen wir ein feiergang hier eine ich warte eine machen eine die einfach bei was wer hier nicht versauern bei Eisen habe ich zwei armen lenk an das immer zwei fackeln das mal quasi auf beiden Seiten kloppen das ist die sicherste Variante wie wisst ich ja wegen der laber anders aber auch ja so heißt wenn ich bin und wieder eine armlänge gesagt abgespielt wenn ja lange über leben und frauen ja also das scheint nicht also aber ich gebe die hoffnung weil wir relativ ab abstand ist wir auch war wie gesagt zwei armen haltbarkeit ok die hoffnung das zeigte mir so ein bisschen wenn über mir auch das einzig was ich in diesem hardcore projekt aber ihr seht ein bisschen stein damit wir topfeld oder so wasser oder sache das kann ja alles kann hier Lava runterkommen, Wasser runterkommen 3 hoch 3 drohen 3 hoch 3 hoch 4 hoch 4 hoch 5 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 hoch 6 hoch 6 hoch Präsentier. 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 aber ich möchte nicht automatisch maschinchen und eingeben weil für mich das immer so man kann sich natürlich eben machen jetzt kann erstmal ja aber ich ja so so viel ein eisen natürlich ein bisschen ich brauche wunderschön machen da ein wunderschön wunderschön und wunderschön 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 Ja, so zum Beispiel hätte ich auch mal fangen, weil das, wie gesagt, das ist ein Thema, aber wie gesagt, wir kommen ja nicht runter und ihr wisst, ich halte nicht diesem Timelapse, weil ich möchte, dass ihr seht, dass ich hier ganz riecht. So, wir werden aber zwischendurch auch mal getrunken und ich habe mir beide Pferder erzählt. Wir machen jetzt Gänger und wenn wir mal ein bisschen den Tunnel aufhübschen, weiter quasi vielleicht das hin, weil normalerweise müsste ja das Papier für ein Verzauberung mal vorhanden sein, dass wir jetzt, da drum, wenn das jetzt. Jetzt. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Jo, da muss das autres mal ankommen. Ja, ja, können wir gar nicht unbedingt haben. so dran gewöhnt beizubringen da wer ist bei hier hab ich das Au! na das fängt ja gut an steht mir einfach der Kies hier ok das kann also jetzt Abstand halte tut mir weh wenn man sowas auf die es war nicht nett so hier haben wir hier da kommen die Fehler hier zustande wenn man da nicht aufpasst dann ok und nicht vergessen auch wenn ihr videos aufnehmen drehen kann boah dann treter warum würde ich ja wenn ihr dann einfach den hätten wenn mich freut halt wie gesagt ich würde auch sagen was wir aus diesem Vertrieb weil gemischt mit ja ich muss mal gucken eigentlich hätte ich auch Lust mal sowas ähm ein bisschen Fantasie da noch ein bisschen so mit Farben das immer so schön da so machen da so richtig gewiss wenn man sich von einer Farbpalette quasi sagen wir mal die Farbe rot nimmt und dann alles aus der Farbpalette dann verwendet beim bau an haben wir also ihr seht es ist gar nicht so oder gar nicht gut gar nicht gut auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht auf jeden Fall da sind diamanten Ja, die haben. 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 So, dann versuchen wir hier nochmal unser Glück. Ich denke daran, Abstand halten, weil hier könnte... Aber... Ja, sicher. Ich bin damit überlegen. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, und dann... Die Lava ist hier... Ich kann den ersten zwei nur wegmachen. Es ist... Es ist der Diamant nicht wert, sag ich mal. Ich weiß, wir sind... Ich weiß, wir sind... Aber reichen... Wir haben jetzt hier noch... Ich weiß, wir sind... Ich weiß, wir sind... Ich weiß, wir sind... Ich weiß, wir sind... Ich weiß... Ich weiß, wir sind... 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 Ein... Weiter... An... Auch noch... Nicht... Aber war die ja nicht... ein gesamtes sagt man eigentlich generell auch aber ganz du bei mir wir haben lapis es hier kommen und vergleichen vor einigen überlegen aber lava heißt leider auch jemand okay okay ich bin da froh ich mir das blubbern da gar nicht erklären da kommen sei doch nicht so naja für zaubertisch reicht das werkzeug klappt das ziel ist jetzt wir bauen sie ist gut gewachsen wo ich werde jetzt die gex eine schule hat es ist jetzt mittlerweile schon laufen ich durch die wand springen bitte wirst du eigentlich in die richtung mal gehen haben wir ein und von reisen hier einschmeißen gut ein und zwei an der sieht hätte ich ja ich würde sagen steinzeug brauchen an der sieht dass ich jetzt schlafen bevor wir hier aus unserer höhle kraut ja und machen uns jetzt erstmal auf zu den kleinen mats ein versuch weil die natürlich weil wir wollen ja anfang stück und jetzt habe ich momentan weil ich immer so ein bisschen pause einlegen muss ich jetzt erstmal ja ja der enden muss ich jetzt erstmal hallo herr golem haben sie schon aufgepasst hier ja haben sie aufgepasst alles in ordnung ich gehe noch relativ heil um gute arbeit dankeschön okay das sind also ich meinte wenn man räume fällt und die irgendwo an irgendwas dranhängen weg das ist echt nervig aber ist halt so okay also allzu viele bäume sind gar nicht wachsen warum ich kein buch okay und dann hatten wir ja gesagt dass wir auf jeden fall gucken müssen dass wir die viele vielleicht schon einrichten denn dann pack ich mal den koppel dann haben wir hier normalen stein ist er da und auch eine kiste eine kiste schwarz ich habe ja noch nicht wir haben auf jeden fall noch ich denke mal einen und was wir auf jeden fall und man jetzt brauchen dringend ja sie kriegen noch ein bett das ist ja okay wir brauchen auch eine keine axt so wir brauchen auch rolle rolle für ein reisebett und überhaupt für betten also ich möchte die betten nicht eine okay immer wasser und wasser und ich brauche nachher noch dabei jetzt gehen wir am besten und schauen mal dass wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben hier ab hier 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 holen hier 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 das wird zumindest hier ein bücher regal kriegen Hallo, wir haben hier Wege, die müssen nicht durchs Wasser. Na gut, da oben. Naja, der bleibt ja eine Weile, der kommt gleich mal gucken. So, hier ist das Zuckerrohr irgendwie nicht gewachsen, aber da hinten. Ähm. Fragen wir. Ah. Also, ich möchte auf jeden Fall das schaffen, dass wir ein Regal kriegen und einen Herren-Bibliothekar machen können. Eigentlich nicht. Ja, ja, ich, ich, komm schon. Kommen Sie. Ja, sie sind aber relativ teuer. Ich geb ihnen noch nicht meine 5 Emerald. Aber ich hätte so eine andere... Ach. Aha. Das hier. Ja, ja. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Einem Dorf. Das heißt, wir haben hier zwei Leinen. Sehr schön. Gut das laufen. Okay. Gut. Okay, so. Jetzt würden wir hier erstmal... ...fällen, weil ich... ...naja. Papier zu tun, wie sie... Aber was wir alles noch so vorhaben und so haben, das seht ihr im nächsten... Tschüss. Bis später. Bis zum nächsten Mal.